Hallo Leute und herzlich willkommen zur 60 Jahre Saturn der Geburtstag Show. Sechs Stunden lang werden wir eine Zeitreise durch 60 Jahre Technik unternehmen. In unserem Galaxy S21 Ultra 5G ist eine 108 Megapixel Kamera mit dabei. Der erste PC war der HP 9100. Das ist schon ein Riesensprung. Auf 60 Jahre Saturn und es fingert einfach alles mit Musik an. Wir haben so viele geile Geräte hier. Wolfgang, schön, dass du da bist. Wie lange bist du jetzt schon hier vor Ort in Köln? Seit 1983. 83 sogar. Bei uns hatten wir keine Preisschilder, sondern wir hatten Preise nach Buchstaben sortiert. Und dann ging es an der Kasse und dann wusstest du, A ist da, B ist da, C ist da. Preiskategorien, ne? Ich habe hier einen wundervollen Gast bei mir. Und das ist der Vittorio von LG. Schön, dass du da bist. Wir haben hier eine Riesen-App-Auswahl. Das ist der Bebauungsplan. Wahnsinn. Vorher war der Saturn drin, der allererste. Und jetzt ist eben das Experian da drin. Kommt einfach vorbei und testet das mal. Uns bleibt nichts anderes übrig an dieser Stelle, als zu sagen, auf die nächsten 60 Jahre. Wir haben schöne Einblicke in die vergangene Technik bekommen, in die zukünftige oder die jetzige Technik. Vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns vielleicht hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die bag年, wir sehen uns już wieder ab. Bis zum nächsten Mal.